Kleine Erinnerung Vielleicht bist du eines Tages so alt wie ich. Bitte hör dir meine Erkenntnisse an. Und verschwende nicht dein kurzes Leben. Investiere deine jugendliche Energie in deine Kunst. Teile deine geistigen Gaben mit der Welt. Dein Körper wird gehen. Aber du kannst nicht sterben. Sorge dich daher nicht um hübsche Dinge wie Körper, Geld und Besitztümer. Sie werden mit dem Körper vergehen und sind ohne Bedeutung. Sorge dich nicht darum, was andere über dich denken mögen. Suche keinen Beifall, außer deinem eigenen. Deine Kunst und deine Ideen sind Ausdruck deines Geistes.